hallo hier leute und herzlich willkommen zurück zu final fantasy 14 ja das ist jetzt die 200 folge mittlerweile und wir sind mittlerweile nicht mal bei der hälfte angekommen nur das mal so nebenbei erwähnt gut wir sind jetzt hier bei den photos und quatschen erst mal mit der lucia damit setzen wir alles auf eine karte vielen dank dass du in unserer seite stehst wenn emmerich etwas geschieht verlieren wir alles ja den müssen wir jetzt erstmal retten am besten oder zumindest erst mal hinterher und dann gucken wir noch retten müssen so hilfe aus dem volk auch wenn wir entschlossen sind uns der kurier offen entgegenzustellen können wir nicht einfach ohne plan hineinstürmen lucia wie gedenkt ihr vorzugehen die uns treue gebieten tempelritter und horcheforske volksleute werden ein ablenkungsmanöver starten und wir haben noch andere und verbündete in ischgard verbündete etwa die anderen adelshäuser nein keine aristokraten sondern die einfachen bürger aus den fundamenten die in den schwaden leben viele von ihnen sind schon lange voller unmut über die anmaßungen der orthodoxen führung und des adels es heißt dass die radikaleren unter ihnen sich bereits zu einer geheimen widerstandsorganisation zusammengeschlossen haben die tumulte als die heretiker in die stadt eindrangen könnten durchaus von den widerstandskämpfern gefördert oder sogar angezettelt worden sein so schlimm steht es also um die ischgarder gesellschaft aber wenn großmeister emmerich nun auch noch die wahren geschichtlichen hintergründe aufdeckt ja es wird eine revolte weiter befeuern aber momentan zählt nur dass wir möglicherweise mit ihrer hilfe rechnen können die enthüllung der wahrheit ist genau das worauf sie alle gewartet haben und dazu muss erst emmerich in sicherheit sein teo und alfino kann ich euch die verhandlungen mit den rebellen überlassen ich als temporärin kann mich dort nicht blicken lassen ohne sofort als feind angesehen zu werden aber ihr als außenstehende findet mit unserem anliegen vielleicht gehör verstanden wir sehen uns in den schwaden um da wir sehen uns in den schwaden um und versuchen kontakt mit den rebellen aufzunehmen vielen dank esthenian kannst du die dragoons aus den kämpfen heraushalten davor kann ich sorgen die dragoons haben sich dem kampf gegen die drachen verschworen nicht gegen ihresgleichen sie werden sich uns nicht in den weg stellen also gut teo wir werden tataro im vergessenen ritter suchen die kontakte die sie geknüpft hat werden uns nun bestimmt nützlich sein so es beginnt langsam was was musst du denn hier eine blaue quest sonst irgendwo eine zum gedenken der winder der quelle für wo vor kurzem jährte sich der todestag des drittgeborenen sohnes des hauses halina claude blau ja keine ahnung hier der heißt oder wie man ausspricht er ließ sein leben im kampf um die stelle einer wacht zu seinen ehren hielt die familie halina eine gedenkfeier ab es war den rosen kavaleristen jedoch nicht erlaubt ihre posten zu verlassen um die gedenkfeier für ihren ehemaligen kommandanten beizuwohnen einen engen freund von mir rentrement brachte man so um eine gelegenheit dem mann zu gedenken zu dem er immer aufgesehen hat ich weiß dass ihm das sehr zusetzt deshalb wollte ich dich bitten ihm diese verschlüsselte kriegsflagge zu bringen sie wurde mir im rahmen der feierlichkeiten überreicht ich weiß sie ersetzt nicht das gefühl selbst an der gedenkfeier teilgenommen zu haben okay und wo genau ach im wolkenmeer okay äh ja die lassen wir mal offen die quest weil da kommen wir bestimmt sowieso noch mal hin aber eben nicht jetzt so und wir müssen jetzt erstmal runter zum vergessenen ritter so gibt es hier auch irgendwo noch eine blaue quest ne sieht nicht so aus so wie sieht es denn eigentlich hier aus hier können wir immer nur noch die beiden annehmen die ich mal wieder erneuere und außerdem gibt es noch einen neuen begleiter und zwar gut den hatten wir schon mal die eigentlich auch erst vor kurzem dann gibt es jetzt den mini libertan der irgendwie erschrocken aussieht ja der doch ist irgendwie süß gut so jetzt mal hier runter und die tata russu ja ganz unsererseits hast du etwas von den unruhen mitbekommen nein wir haben lärm gehört aber kybriolt und seine stammgäste haben den vergessenen ritter gut gegen die maßen abgeschämt aber nun sagt doch wie war es bei euch hatte die erfolg wie gefährlich ein glück dass du unverletzt geblieben bist was die widerstandskämpfe betrifft davon habe ich auch schon etwas aufgeschnappt ich glaube der anführer der rebellen ist einer den sie langohr nennen also ein elisim vielleicht aber hier gibt es so viele davon und eigentlich wäre das ein komischer spitzname für ein elisim nun jedenfalls müssen wir ihn ausfällig machen teilen wir uns auf und hören uns in den schwaden um gut dann gehen wir mal zu den schwaden hier ist auch ein ausgang wenn ich es euch noch nicht gezeigt habe so erst mal durch die tüten Frau aus den schwaden Einen Edelsinn namens Lander suchst du? Denk mal scharf nach, mein Lieber. Und sag mir, ob du einen Edelsinn mit kurzen Ohren kennst. Und jetzt lass mich in Frieden. Ähm, ja. Das war irgendwie... ...klar. Was sagst du, mein Junge? Einen älteren namens Lander? Nur, ich kann mich nicht richtig... Ich kann dich nicht hören. Du musst ein bisschen deutlicher sprechen. Okay, und nachfragen tun wir anscheinend nicht, weil... Warum auch? Warum? Das bin ich. Wenn mich Papa beim Clown erwischt und mir die Ohren langzieht. Ha! Ach ja, stimmt. Ähm, da kann ich euch noch was zeigen. Wenn wir auf Schnee stehen, sozusagen, können wir mit dem Emote... Wo haben wir es denn? Na, wo ist es denn? Wenn ich es finden würde, dann könnte ich es euch auch zeigen. Hä? Wieso habe ich das Emote Werfen nicht? Moment. Gut. Okay. Dann würden... Die... Also könnte ich auch Schneeberle werfen. Und die... Bewerfen mich. Hört auf, zumindest. Gut, äh... Zurück... ...zum vergessenen Ritte. Wo geht's da eigentlich runter? Hm. Gut. Erstmal wieder hier hoch. Äh... Bin ich jetzt irgendwo falsch abgebogen, oder habe ich irgendwas verpasst? Ich soll einfach nur Bericht erstatten, aber ich finde ihn im vergessenen Ritter nicht. Ach, mein Gott. Echt? Da unten? Wirklich? Hm. Das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Aber dass sich der Anführer einer Untergrundorganisation nicht leicht zu erkennen gibt, hätten wir uns denken können. Trotzdem. Wir fragen weiter. So. Was gibt's da schönes? Oh, eine neue Hose. Die besser ist. So. Immer noch Level 129. Egal. Lange Ohren. Ich werde hier in den Schwaden bleiben und mich noch ein bisschen umhören. Geh du bitte wieder in den vergessenen Ritter und sprich mit Gabriel. Als Eigentümer einer Schenke, die von Leuten aus der ganzen Region besucht wird, dürfte ihm so einiges zu Ohren kommen. Vielleicht hat er zufällig etwas aufgeschnappt, das uns zu lang aufhört. Geh du schon einmal vor. Wir werden später dazu stoßen. Gut, wir gehen schon mal vor. Ui. Wo sie lang auffällt, willst du wissen? Ich frage dir etwas anderes, mein Freund. Das Erfolgsrezept einer gut geführten Schenke liegt in der Diskretion des Wirtes. Oder würdest du dich unbesorgt in ein Wirteshaus volllaufen lassen, wenn du befürchten müsstest, belauscht zu werden? Allerdings besteht darin gerade auch der Reiz an der Schenke. Man trifft eine Menge Leute und kriegt eine Menge zu hören. Zum Beispiel, dass hier Abenteuer jetzt auch für uns Ishka der Auftrag erledigt. Wenn du was taugst, hätte ich da vielleicht sogar etwas für dich. Du müsstest etwas für mich abholen. Dann könnte mir vielleicht etwas herausrutschen, das ich beim Belausch zuwürdig erfahren habe. und das dir bei deiner Suche nach Langor weiterhelfen könnte. Geh bitte zu dem geschickten Jäger, der sich in der Ferula-Zahle oben im Strebewerk befindet und bring mir das Bündel aromatische Kräuter, die er für mich im Wald besorgen wollte. Im Gegenzug für das Grünzeug erlasse ich ihm seine Trinkschulden. Dann auf zum Markt und holen das Grünzeug. So, da steht er ja schon. Gebol, schick dich. Lass mich raten. Du sollst die Zeche eintreiben. Stimmt's? Die bestellten aromatischen Kräuter habe ich gesammelt. Die sind ganz schön wertvoll. Also verwirte sie nicht an die Chocobos. Im frostigen Hochland von Körters wachsen nämlich höchstens noch Reiszapfen. Alles klar! Das ging ja einfacher als gedacht. Tadada! So, zurück zum vergessenen Ritter. So, hast du die Kräuter erhalten? Sehr gut. Es liegt schließlich auch in deinem Interesse, dass der Glühwein gelingt. Die Qualität der Zutaten passt jedenfalls. Den Rest kannst du getrost mir überlasten. Mit diesen aromatischen Kräutern werde ich den Glühwein herstellen können, den ich brauche. Gute Wein hat schon so manche Zunge gelockert. Wie ich das meine, das wirst du schon noch sehen. Gut, wir nehmen das Gold. Verstoßene Liebe. Der Glühwein wäre fertig. Und jetzt solltest du auch erfahren, wem du ihn überbringen sollst. Die erste Person heißt Hirita und ist eine Juran. Sie arbeitet für eine Ishkader Adelsfamilie, deren prächtiger Wohnsitz sich unweit des Anwesens der 10 Mal befindet. Sie hat einiges zu erzählen. Also mach die Ohren lang, ja? Okay, und die ist wo? Nähe des Luftschiff-Landeplatzes. So, hier. Meine Güte, es war gerade eben so spannend und jetzt müssen wir hier, naja, die ganze Zeit in der Gegend rumlaufen und irgendwelche kleinen Mini-Aufträge erledigen. Ja, ich bin hier Tier. Wer möchte das wissen? Ein Glühwein hast du für mich, sagst du? Dieser köstliche Duft in die Nase kitzelt. Das riecht doch exakt wie der aromatische Glühwein, den sie so hervorragend zubereiten, verstand. Ja, ich gebe es zu, ihr Schicksal lässt mich nicht mehr los. Vermag es wohl gewesen sein, vor 20 Jahren oder noch mehr? Wir waren Bedienstete im gleichen Baronenhaushalt und beide arm wie die Kirchenmäuse. Mit seinen scharlachroten Augen und den langen Ohren war der Baron wahrlich ein Prachbild von einem Mann und sie hat sich unsterblich in ihn verliebt. Zuerst sah es ganz so aus, als ob ihre Liebe erwidert würde. Aber dem Baron ging es nicht um Liebe. Sie war nur eine gewöhnliche Frau aus dem Volk, mit der er sich vergnügen wollte. Und als der Baron erfuhr, dass sie schwanger war, ließ er sie rasch fallen. Mit Schmach und Schande wurde sie aus dem Haus gejagt. Wenige Jahre später erfuhr ich von ihrem Tod. Weil es das Kind, mit dem sie damals schwanger war, noch leben sollte, müsste es jetzt bereits erwachsen sein. Das dürfte dann wahrscheinlich... dieses... diese Person Langohr sein. Gut, also wir wissen schon mal, wir müssen ein verlorenes Kind finden. Nein, nicht du. Geh weg. Was für eine herzzerreißene Geschichte, nicht wahr? Bestimmt fragst du dich, was aus dem Kind geworden ist. Ja. Liebe einer Mutter. Es gibt noch eine Person, der du ein Fläschchen dieses köstlichen Glühweins überbringen sollst. Sein Name ist Geraldio. Ein Mönch, der auch das Leben eines Mönchs führt, nämlich in bescheidene Armut und der im armen Viertel von Ishgard Lebensmittel an die Bedürftigen austeilt. Sein Bericht dürfte dich interessieren, also hör gut zu. Hui. Ein Geschenk für mich und dann auch noch von so einem galanten Herren. Oh, ah, dieser Duft, so viele Erinnerungen. Ich hatte einmal eine Freundin, die einen Gewürzwein zubereiten konnte, der genauso geduftet hat. Ach, wenn ich doch bloß die Zeit zurückdrehen könnte. Diese Freundin hatte eine Tochter, die sie allein groß zog. Tag für Tag hat sie sich abgearbeitet, um ihre Tochter ein erträgliches Leben zu ermöglichen. Und dennoch half sie mir, es an Leute zu verteilen, die noch weniger besaßen als sie selbst. Sie war ein Engel mit einem Herz aus Gold und die Tochter war ganz nach der Mutter geraten und besaß das Vertrauen der armen Leute. Wenn ich mir diesen herrlichen Duft durch die Nase ziehen lasse, sehe ich sie wieder vor mir. Die büllhübsche Joran mit den schwarz glänzenden Haaren. Dabei ist sie schon vor vielen Jahren verstorben. So, so, wir suchen also wahrscheinlich eine Dame mit schwarzem Haar, die in diesem Fall kein Edersinn ist. Und Joran, also so Art normale Menschen, gibt es in Ischgard jetzt eher selten. Da wisst ihr ja wieder. Vermutlich ansst du bereits, von wem das Rezept für diesen köstlichen Glühwein stammt. Genau, von Geralt Jors Freundin. Sie hatte wunderschöne schwarzes Haar und ebenmäßige Gesichtszüge. Eine innen wie außen schöne Frau, die für uns alle ein Vorbild war. Da fragt man sich doch, was als ihre Tochter geworden sein mag, nicht wahr? Das macht es nicht so spannend, Mensch. Kombiniere Messer scharf. Verschillend fragst du dich jetzt, warum du dir diese alten Geschichten über eine Mutter und deren Tochter anhören musstest? Nun, wir sind die Kinder unserer Eltern, ob wir es wollen oder nicht. Und ob sie uns anerkennen oder nicht. Langer gehört zu denen, die sich entschieden haben, zu ihrer Herkunft zu stehen. Und ihre Anhänger stehen voll und ganz hinter ihr. Mehr sage ich nicht. Wenn das immer noch nicht genügt, hör dich halt ein bisschen um und reib dir dann den Rest selbst zusammen. Ja, wir haben es kapiert. Wir suchen diese Tochter, die von allen armen Leuten gemocht wird. Also, ähm, ja. Sie ist schwarzhaarig. Also das Obere. Du hast ja einen ausgefallenen Geschmack. Ich kenne jedenfalls keine, die so aussieht. Und wenn dann, äh, und wenn, dann würde ich es dir nicht verraten, wo sie sich auffällt. Was soll ich wissen, ob ich dir vertrauen kann? Nee. Nun ja, recht hat sie ja irgendwie. Du-du-du-du-du-du-du-du. So, hast du etwas über Langweiner Frau bringen können? Die Tochter eines adeligen Edelsinn und einer Juran-Frau aus dem einfachen Volk? Ich verstehe. Wir kennen zwar noch immer nicht ihren Aufenthaltsort, aber wenigstens wissen wir jetzt, wie sie aussieht. Das ist eine wertvolle Information. Ich danke dir, Thero. Kern des Widerstands Es muss doch möglich sein, diese Langweiner aufzuspüren. Vielleicht hat Tartaro eine Idee. Wo ist sie übrigens? Ich dachte, sie wäre mit dir unterwegs. Bist du ihr nicht begegnet? Sollten sie lieber suchen gehen. Die war doch bei dir. Warum schiebt eigentlich jeder seine Probleme auf mich ab? Das ist doch unfassbar. Ich bin der Retter der Welt, aber kann nicht auf jede Person aufpassen. Mensch, unfassbar. Tartaro, wo bist du? Juhu. Von hier aus ist Tartaro nicht zu sehen. So, Zufall. Tartaro, wo bist du? Tartaro, wo bist du? Keine Spur von Tartaro hier. Wie sieht es bei dir aus? Ah, zu hilf. Das war doch der Tartaro Stimme. Jemand ist hinter hier. Los, schnell. Was gibt's hier rumzuschnüffeln, hä? Ah, äh, ach, ich, ich wollte gar nichts Böses tun. Wirklich. Bitte, bitte lasst mich gehen. Was ist hier los? Und was willst du, Milchgesicht? Verzieh dich! Hey, die kenne ich. Die haben sich bei den Fortons eingenistet. Ah, ja richtig. Ihr seid wohl für die hohen Herrschaften auf Heretikerjagd, hm? Und wollt Papa Edmond flüstern, dass hier was im Busch ist? Das werden wir schon verhindern. Nein, wir sind gekommen, um dem Volk von Ischgard zu helfen. Aber dazu müssen wir alle zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Frech wird er auch noch. Wir zeigen dir mal, wie gut unsere Fäuste zusammenarbeiten. Hey, hey, was wird das hier? Wollt ihr zwei Kinder und ihren Aufpasser abmurksen? Hilder? Legt Hand an die Schoßhündchen der hohen Herren und ihr riskiert den ganzen Arm. Der große Held. Was könnte er nur von uns einfachen Leuten wollen? So, so. Eine Juran mit... ...mit... ...Elesen-Ohren, sozusagen. Und die Mellung soll er weg. So, Hilder heißt die junge Dame. So, dann gucken wir mal, wie es so aussieht mit ihr. Hier können wir nicht reden. Los, in den vergessenen Ritter. Okay, so arm sieht die jetzt gar nicht aus. Die hat ja richtig edle Lederklamotten an. Ja, genau. Spring runter aus Ischgard und stirb. Genau. Game over. So. Zum vergessenen Ritter. Wo wir alle wissen, dass niemand uns belauscht. Nicht wahr? Genau. So. Oh. Wir haben hier ein... ...Szenario, wo wir kämpfen müssen anscheinend. Äh, ja, ich... Ja, wobei, komm, das machen wir jetzt, weil in dieser Folge sind wir eigentlich nur rumgelaufen und haben irgendwas gesucht. So. Den Kampf von Kären des Widerstands beginnen. Und... ...Drag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Eine Revolution? Ihr lernt es wohl nie. Die Pest hat in Isgard keinen Platz. Sie wird beim ersten Anzeichen ausgerottet. Mit Stupf und Stiel. Wer von uns ist hier abschaum, du verlogener Köter? Manche sind einfach zu dumm zum Überleben. Wenn ihr es auf die harte Tour wollt, gerne. Nur nicht so schüchtern. Lasst uns nach draußen gehen. Ihr werdet euch den Tod noch herbei wünschen. So, besiege ich Charib. Charibo oder so. So, ich bin Beschwörer, Leute. Das habt ihr ein bisschen vergessen. Dahin, wo es wehtun. Wo kommt ihr denn her? Und du, da hinten. Und du, da hinten. Ich hab dich besinnt. Und du, da hinten. Chao. Geht. Du, da hinten. Wie gesagt, das ist hier. Geht. Ja. Ich hab dich. Hey, Franchofor ist hier. Was willst du da hinten, ich glaub du spinnst wohl, hinst du heilen? Ermermliche Ratten! Ach, stirbt doch endlich. Na komm schon. Verflucht! Ist also doch etwas strand an den Gerüchten um dich und deine geheimen Kräfte. Was ist hier los? Die hat noch gefehlt. Ah, verflucht er ist entkommen. Vielleicht wär das sogar besser. Hier hätten wir womöglich Unschuldige in den Kampf hineingezogen. Ich dachte mir schon, dass sie auch hierher kommen würden. Sie wollen die Revolte im Keim ersticken. Ist die Azur gerade etwa auch ins Hauptquartier der Tempelritter eingedrungen? Krino war da, um uns mitzuteilen, dass der Großmeister verhaftet worden ist. Deswegen waren Tempelritter in Charibeas Gefolge. Ja, die Azur gerade hat das Kommando übernommen. Etwa die Hälfte der Tempelritter hält Emmerik die Treue und hört auf meinen Befehl. Aber die anderen, die schon damals gegen seine Ernennung zum Großmeister waren, haben sich bereitwillig in die neue Lage gefügt und sind schon auf dem Weg zur Kurie. Da seid ihr ja alle gerade zur rechten Zeit hier aufgekrotzt. Habt ihr euch vorher irgendwie abgesprochen? Du bist die Anführerin der Rebellen? Oh, heute bin ich alles Mögliche. Für den lackierten Papstwächter vorhin zum Beispiel die Königin des Abschaums. Wie findest du das? Und für den Jungen hier bin ich schon die Retterin eures durchgedrehten Märtyrers. Es ist euch also ernst, was? Gut, an uns soll's nicht liegen. Wir haben diesen verdammten Staat mehr satt als die alle zusammen. Immer los mit der Revolution. Ja, alles klar. Die Azur-Garde mischt sich also langsam überall ein. Das heißt dann wohl, wir müssen diese Azur-Garde erstmal ausschalten. Und allererstes, also ganz wichtig natürlich, müssen wir Emrech befragen. Gut, wie es aber weiter geht, erfahren wir dann erst in der nächsten Folge. Dann war's für diese Folge erstmal. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschau Leute! 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 Vielen Dank.